Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Luminar 4 Tutorial möchte ich dir mal Licht ins Dunkle bringen zum Thema Luminanzmasken. Viel Spaß mit diesem Video. Zu Beginn des Tutorials müssen wir uns natürlich als erstes mal fragen, was ist eine Luminanzmaske? Die Luminanzmaske ist eine von der Software erstellte Maske, in der die unterschiedlichen Helligkeitsbereiche im Bild mit verschiedenen Deckkrafteinstellungen angepasst werden. Dabei gilt erst einmal grundsätzlich, je heller ein Bereich im Bild ist, umso größer ist die Deckkraft. Natürlich kannst du diese Maske auch invertieren, um dadurch eine größere Deckkraft in den Schattenbereichen zu erzielen. Die Luminanzmaske hat einen Sonderstatus im Bereich der Masken, denn sie ist die einzige Maske, bei der man selber keinen Bereich auswählen kann, um diesen dann selektiv anzupassen. Sondern in diesem Fall, wie oben schon erwähnt, wird das Ganze softwareseitig erstellt. Das ist allerdings auch schon der einzige Unterschied im Vergleich zu den anderen Masken, denn sie lässt sich sowohl auf einer eigenen Ebene anwenden, als auch in den einzelnen Filtern. Um das Ganze jetzt so ein bisschen in die Praxis umzusetzen, habe ich hier schon mal ein Bild vorbereitet. Hier sind auch ein paar Anpassungen durchgeführt worden, also so eine Grundbearbeitung, dann hier so ein bisschen künstliche Intelligenz, die Farben etwas angepasst, ein bisschen nachgeschärft und ein bisschen am Landscape Enhancer gearbeitet, damit das Ganze mehr ins Orange eingefärbt wird. Das Original sah ursprünglich mal so aus, das war eine Belichtungsreihe aus, ich glaube drei Bildern, die ich in Aurora HDR zusammengesetzt habe, deshalb steht hier oben auch HDR.dng. Jetzt ist dir sicherlich aufgefallen, ich habe hier unten einmal die Preset-Reihe geöffnet, und zwar meine eigenen Presets. Wenn ich jetzt hier eine Dominanzmaske aufziehen möchte, und ich werde das Ganze jetzt hier über die Ebene machen, klicke ich einmal hier auf das Plus und sage neue Bearbeitungsebene einfügen. Und jetzt achtet mal auf die Presets, die verändern sich nämlich jetzt. Und zwar passen die sich jetzt den vorher eingestellten Einstellungen hier von der Hauptebene an. Und ich finde, hier würde mir zum Beispiel das hier sehr gut gefallen. Hier steht Luminar 4 Sunset neu. Das heißt, es gibt auch eine ältere Version, die ist hier drüben, die ist noch aus Luminar 3. Und ich muss sagen, das hier ist mir deutlich zu rot, da gefällt mir hier dieser Teil deutlich besser. Den werde ich jetzt hier einmal hinzufügen. Und dann wirst du gleich die Veränderung hier im Bild sehen. Da. So, das ist jetzt auch deutlich röter, als es eigentlich so sein soll. Vor allen Dingen gerade hier so in diesem Bereich. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mir eine Luminanzmaske hier erstellen, und wir rufen uns in Erinnerung, grundsätzlich gilt erstmal, je heller ein Bereich ist, umso größer ist die Deckkraft in der Luminanzmaske. Machen kann ich das auch wieder hier unter dem Reiter Maske bearbeiten. Und du siehst schon, hier ist diese Sonderstellung sogar auch noch visuell von den anderen Masken getrennt. Sie hat hier so einen Strich und dann kommt die Luminanzmaske. Da klicke ich jetzt einmal drauf und dann wirst du sehen, dann fängt er an, das hier oben zu erstellen. Das kann jetzt einen Moment dauern, weil er muss jetzt hier sehr viel arbeiten und die ganzen Helligkeitsunterschiede hier anpassen. Wobei der das gemacht hat, wirst du aber auch wieder sehen, dass sich das Bild verändert. Und jetzt lässt er hier gerade noch den Rest durchlaufen, fertig ist er schon und jetzt haben wir hier schon eine Veränderung am Bild feststellen können. Um das Ganze jetzt hier oben auch noch anzuzeigen, leider kann ich das nicht wirklich größer machen, siehst du hier aber so ein, ich sage jetzt mal Thumbnail, hier so ein Preset, wo wir hier verschiedene Graustufen haben. Man kann das eigentlich ganz gut erkennen, hier oben ist es sehr, sehr hell und hier unten haben wir sehr, sehr, ja ich sage jetzt mal ein deutlich graueres Grau wie im oberen Bereich, naja, ein dunkleres Grau wie im oberen Bereich. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal angucken wollen, wie hat die Maske vorher ausgesehen, beziehungsweise nicht die Maske, wie hat das Ganze vorher ausgesehen, bevor ich jetzt hier die Luminanzmaske draufgelegt habe, dann kann ich hier einmal den Haken entfernen und das ist das Original. Vorher, nachher. Kann ich mir diese Maske jetzt auch visuell darstellen, also kann ich hier irgendwie das Auge aktivieren, nicht über diese Maske. Was du jetzt machen kannst, du kannst dir auf Maske bearbeiten und sagst einfach mal, ich erstelle mir einen Pinsel und aktiviere jetzt mal das Auge und jetzt wirst du gleich sehen, jetzt ist die Maske hier aktiviert. So sieht also die Luminanzmaske aus. Und wenn wir mal gucken, ich vergrößere das Ganze mal hier auf 100%. Jetzt brauche ich einen Moment, bis er die Maske wieder darstellt, er arbeitet. Wenn man mal genau hinguckt, ist hier, wo mein Mauscursor derzeit ist, die Sonne. Ich mache das mal weg und da sieht man, da ist eine deutliche Abstufung im Vergleich zum Himmel daneben. Man kann hier tatsächlich auch eine ganz, ganz harte Kante erkennen und das ist eine Luminanzmaske. Hier wirkt sich die Luminanzmaske zu 100% aus. Ich sage jetzt mal, hier in dem Bereich sind wir vielleicht bei 80%. Hier unten sind wir vielleicht bei 10%, 20% vielleicht. So kann man das wirklich sehr schön visuell darstellen, wie so eine Luminanzmaske sich aufs Bild auswirkt. Und hier kann man ganz klar sehen, ich habe hier jetzt die hellste Stelle im Bild. Das ist natürlich auch die Stelle, wo die größte Deckkraft vorhanden ist. Vielleicht finde ich hier die Größe von dem... So lässt sich das doch vielleicht schon deutlich besser zeigen. Hier, wo jetzt meine Maus ist, da war die Sonne oder ist die Sonne. Und die hat hier, ich sage jetzt mal 100% Deckkraft. Hier drumherum sieht man die ganzen schönen Abstufungen. Hier sind wir vielleicht bei 80%. Auch hier kann man ganz gut erkennen, das ist eine andere Deckkraft-Einstellung wie hier oben. Und auch hier selbst bei den ganz dunklen Stellen ist vielleicht nur noch 10% oder so drin. Kann ich mir das jetzt hier rausarbeiten? Also zum Beispiel die Steine möchte ich gar nicht drin haben. Natürlich, du kannst auf Radieren klicken. Sagst Deckkraft 100%. Lässt das vielleicht sogar so. Und dann fangen wir an und arbeiten hier die Steine raus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Fummelarbeit. Aber du siehst, das funktioniert. Ich kann hergehen und kann sagen, okay, ich möchte hier die Steine von meiner Maske aussparen. Ich werde das Ganze jetzt wieder reinzeichnen. Nee, ich lasse das mal lieber so. Denn ich möchte dir noch was zeigen. Ich kann jetzt auch hergehen, aufmaskieren und kann sagen, ich invertiere mir das. Und jetzt siehst du, ist es genau anders herum. Jetzt habe ich die ganzen dunklen Bereiche, die hier eine sehr hohe Deckkraft haben. Und die Sonne zum Beispiel, die liegt hier vielleicht gerade mal bei 1% oder vielleicht sogar bei 0%. Das, um dir das Ganze mal etwas anschaulicher darzustellen, wie so ein Verlauf von einer Luminanzmaske aussieht. Wenn wir uns jetzt mal anschauen wollen, wie das in dieser invertierten Form aussieht, dann machen wir oben einfach mal das Auge weg und dann sieht das Ganze so aus. Ja, da ist jetzt nicht wirklich ein großer Unterschied festzustellen. Wenn ich jetzt hier einmal die Maske ausblende, vorher, nachher, ja, es wird ein bisschen mehr, oder es wird ein etwas tieferes Orange, aber ich möchte das Ganze natürlich wieder invertiert haben, dass es wieder so ausschaut, wie ich das zu Anfang hatte. Und dann werde ich das Ganze nochmal einblenden, damit ich jetzt auch sicher bin, jawohl, die Sonne hat wieder die 100% und dann kann ich das Ganze hier einmal bestätigen. Also du siehst, du kannst mit so einer Luminanzmaske sehr gut arbeiten, musst natürlich dann im Nachgang auch noch ein bisschen mit dem Pinselwerkzeug oder dem Verlaufswerkzeug oder auch der Radialmaske arbeiten, um dann deine Luminanzmaske im Bild auch wirklich richtig anpassen zu können. Ja, wenn du das alles gemacht hast, kannst du natürlich auch hier über die Einstellungsstärke noch ein bisschen Feintuning betreiben. Das heißt, du kannst hier auch die Deckkraft von dieser Maske rausnehmen, ausnehmen oder in dem Fall hier von der gesamten Bearbeitungsebene. Auch hier ist wieder der individuelle Touch gefragt, also möchtest du es sehr stark haben, möchtest du nur ganz minimalste Anpassung haben. Du siehst es gerade hier in den Orange-Bereichen, wenn ich das hier von sehr schwach auf sehr hoch ziehe, dann sieht man hier einen deutlichen Unterschied. Ich würde das Ganze hier vielleicht irgendwo so bei A60 vielleicht stehen lassen. Du kannst auch noch hergehen und kannst sagen, okay, ich mische das Ganze noch so ein bisschen abdunkeln. Du siehst, da passiert nicht viel. Multiplizieren, da wird das Ganze in so ein richtiges Rot eingefärbt. Farbig nachbelichten, das sieht nicht schön aus. Aufhellen, das hat schon wieder was, ja, was dem Original entspricht. Negativ multiplizieren, dadurch hellen wir das Ganze auf. Die Farben werden hier etwas abgeschwächt, hat auch einen sehr schönen Look. Ja, ineinander kopieren, ja, du siehst, es verstärkt das Ganze noch mal. Weiches Licht, hartes Licht und so weiter und so weiter. Also auch mit den Mischmethoden kannst du hier im Nachgang noch arbeiten. Der nächste Schritt, den ich jetzt durchführen möchte, ist, ich möchte diesen Stein hier noch entfernen. Das werde ich jetzt hier über das Radieren-Werkzeug machen. Und in der Zeit, in der hier die Vorbereitung trifft, werde ich einmal das Programm wechseln und zurück in Lumina 3 springen. Warum mache ich das? Ich möchte dir zeigen, was man noch mit einer Luminanzmaske veranstalten kann. Und zwar kann man mit der Luminanzmaske den Himmel austauschen. Um dir das jetzt hier praktisch zu demonstrieren, würde es das Video wahrscheinlich von der Länge her sprengen, denn das dauert deutlich länger. Ich zeige dir jetzt einfach mal hier das Ausgangsmaterial. Das war das ursprüngliche Bild, also ein sehr, ja, türkisfarbener Himmel und ja, auch ein sehr langweiliger Himmel. Und ich habe mir gedacht, ich mache mit einer Luminanzmaske das daraus. Das ist nicht wirklich fein gearbeitet. Man sieht das gerade hier. Und auch das Türkis hier im Wasser spiegelt sich hier deutlich wieder. Das weiß ich selber. Aber das war auch eine Demonstration, die ich gemacht habe. Wenn du da Interesse dran hast, kann ich das gerne nochmal in Lumina 4 euch zeigen, wie man mit einer Luminanzmaske den Himmel austauscht. Das kannst du mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Was habe ich gemacht? Ich habe hier diesen Teil vom Himmel getrennt. Und zwar habe ich das alles so dunkel gezogen, dass ich hier alles in schwarz hatte. Und den Himmel habe ich so angepasst, also den Originalhimmel, dass das Ganze hier zu einem weiß wurde. Man sieht das hier ganz gut auf dieser Ebene. Wir haben hier unten den Teil, der schwarz ist und oben der Teil, der weiß ist. Dann habe ich mir über eine neue Bildebene hinzufügen, hier einen Himmel eingefügt, den ich hier oben im Bild haben möchte. Und dann habe ich das über die Luminanzmaske hier ins Bild eingezeichnet. Am Ende habe ich dann hier noch eine Kopie erstellt und habe das Ganze hier unten auf die Wasserfläche gespiegelt, dass man auch wirklich sagen kann, okay, das ist 1 zu 1, das passt so. Ich sage mal, das Bild ist schon etwas älter. Ich sage mal, ich hätte mit meinem heutigen Wissen definitiv hier dafür gesorgt, dass das Türkis hier im Wasser nicht so deutlich zu erkennen ist. Denn das haben wir hier oben auch nicht. Hier oben ist das eher so ein grau-blau und nicht so ein helles Türkis. Von der Farbpassung her würde ich sagen, finde ich, sieht das zwar ganz gut aus, wenn wir hier Türkis haben und dann hier dieses Orange. Aber von der Natürlichkeit her passt das natürlich nicht zum Himmel, sondern ausschließlich hier die Wolken, die wir hier dann gespiegelt haben. Okay, das halt noch zur Luminanzmaske. Du kannst halt auch den Himmel damit tauschen. Das dauert natürlich deutlich länger und hätte hier die Videozeit deutlich gesprengt. Kommen wir wieder zurück zu Lumina 4. Jetzt wollen wir hier einmal schnell diesen Fleck da unten rausnehmen. Ich werde das Ganze jetzt hier ein bisschen verkleinern. Dann klicke ich hier einmal drauf, sage radieren und dann hoffe ich, dass er das relativ zügig weg hat. Da ist es schon. Wenn wir jetzt hier einmal auf Fertig klicken und dann hoffe ich, dass er das schnell durchgezogen hat. Ja, das ging relativ fix. Und jetzt möchte ich das Ganze über eine weitere Bearbeitungsebene hier mit einem zweiten Preset versehen. Als ich das in der Probe hier durchgeführt habe, war das noch nicht klar, dass ich jetzt hier noch ein Preset drauflege. Das hat jetzt auch weniger mit der Luminanzmaske zu tun als mit dem Finalisieren. Ich habe dieses Portrait Preset hier drauf angewendet. Ich habe das mal irgendwann erstellt für ein Fotoshooting, was ich gemacht habe. Aber als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, das sieht Hammer aus. Was ich hier natürlich noch machen muss. Ich muss hier einmal auf die Miniatierung gehen. Einmal hier das Thema aktivieren und hier das Ganze etwas anders positionieren. Gucken wir mal. Das ist mir zu weit da drüben. Wenn wir noch einen Ticken rüber gehen, vielleicht gehen wir mal hier an den Rand des Steines. Lassen wir das Ganze so. Die Deckkraft hier möchte ich auch etwas anheben von minus 75 auf etwa minus 50. Und so finde ich, gefällt mir das Bild richtig, richtig gut. Ich zeige dir jetzt nochmal das Ausgangsbild. Wenn ich hier einmal auf Fertig klicke, da bin ich gestartet. Da bin ich gelandet. Das Einzige, was mich hier so ein bisschen durch einen kleinen Wermutstropfen habe, ich hätte gerne hier diesen Streifen, der hier durch die Sonne geht. Man sieht das hier deutlich besser. Dieser Streifen, der im oberen Drittel durch die Sonne geht, den hätte ich hier gerne deutlicher raus noch gearbeitet. Könnte man sicher im Nachgang noch machen. Werde ich jetzt für die Demonstration hier allerdings nicht mehr machen. Denn ich denke, das Video ist auch schon wieder relativ lang. Ja, ich bin am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast die Luminanzmaske jetzt etwas, ja, wie soll ich sagen, besser verstehen können. Ich selber nutze sie wirklich ganz, ganz, ganz selten. Wenn ich es mal angewendet habe, meistens zum Austauschen des Himmels. Da gibt es mittlerweile in Lumina 4 den Sky Replacement Filter und dadurch ist das auch deutlich weniger zur Anwendung gekommen. Du kannst mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob du die Luminanzmaske oft einsetzt oder ob du sie bis jetzt überhaupt noch nicht eingesetzt hast, weil du gar nicht wusstest, was du mit dieser Luminanzmaske denn eigentlich machen kannst. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn du ihm einen Daumen nach oben da lassen würdest. Ist das jetzt das erste Video, was du dir von mir anschaust, würde ich mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn du den Kanal abonnierst und die Infoglocke aktivierst. Jedes Mal, wenn ich dann ein neues Video hochgeladen habe, bekommst du eine Information darüber. Bist du auf den Geschmack gekommen und möchtest mit Lumina 4 ebenfalls arbeiten, dann schau mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir einen Link hinterlegt, über den du das Programm beziehen kannst. Das Ganze ist ein Affiliate-Link. Du musst nicht mehr für das Programm bezahlen. Ich bekomme aber eine kleine Provision von Skylum, wenn du über meinen Link dir das Programm zulegst. Außerdem gibt es noch den Rabattcode BION. Mit diesem Rabattcode kannst du nochmal 10 Euro auf Lumina 4 sparen. Ich sage Dankeschön. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, du guckst auch mal bei meinen anderen Videos vorbei und wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen und freue mich, wenn ich dich im nächsten Video wieder begrüßen darf. Ciao.